Die Energieministerinnen und Minister der EU wollen übermäßige Gewinne von Stromerzeugern begrenzen. Erträge, die darüber hinausgingen, sollen abgeschöpft und an Verbraucherinnen und Verbraucher umgeleitet werden. Diese müssten angesichts der gestiegenen Energiepreise entlastet werden. Das haben die Ressort-Chefs bei einem Sondergipfel in Brüssel beschlossen. Außerdem wollen sie strengere Vorgaben zum Stromsparen entwickeln. Jederzeit genug Strom zu günstigen Preisen. Hier an der Strombörse in Leipzig wird Elektrizität für ganz Europa gehandelt. Jahrelang funktionierte der Markt aus Sicht von Experten hervorragend. Doch der Krieg in der Ukraine hat die Lage verändert, Strompreise zum Teil verzehnfacht. Weil Bürger und Firmen das kaum noch stemmen können, suchen die EU-Energieminister dringend nach Lösungen. Es ist eine beispiellose Krise. Die Menschen sind konfrontiert mit sehr hohen Rechnungen, die in ihrem Briefkasten landen. Und wir Energieminister werden klar sagen, dass die Rechnungen wieder niedriger werden müssen. Wie genau das geschehen kann? Das wichtigste Element wird wohl die derzeit hohen Gewinne im Strommarkt zu begrenzen. Vor allem die Erzeuger von erneuerbaren Energien und die Betreiber von Kohlekraftwerken sollen nicht mehr so viel verdienen. Bisher bekommen sie Preise, als ob auch sie Strom aus teurem Gas erzeugten. Künftig könnte es anders laufen. Die Idee? Das Marktdesign sorgt dafür, dass die hohen Preise, die bei Gas genommen werden, nicht untergelegt werden auf Windkraftanlagen, Solaranlagen und Kohlekraftwerke. Habeck und seine Ministerkollegen hoffen, dass so die Strompreise für die Verbraucher sinken. Eher zurückhaltend sind sie, einen Höchstpreis für russisches Gas festzulegen. Für den Fall hatte Moskau bereits mit einem Stopp aller Energielieferungen gedroht. Etwas, was Länder wie Ungarn oder Österreich derzeit nicht riskieren wollen. Normalerweise würde eine Reform des Strommarkts in der EU Jahre dauern. Sorgfalt ist nötig, sonst drohen womöglich Blackouts mit immensen Schäden für die Industrie. Doch angesichts astronomischer Stromrechnungen will die EU schnell handeln. Es gehen nicht um Monate, sagte heute ein Minister, sondern um Wochen. Ja, das tolle die EU schnell handeln. Sohle sind sie münglief. Aber es ist ein Ministerium, Sie sind die EU-Hohen und Sie sind die EU-AT-GES. Und zwar im Mai, dass die EU-A-GEL-Ai-GEL-Ai-N-GEL-Ai-GEL-Ai-GEL-Ai-GEL-Ai-GEL-Ai-GEL-AiGEL-Ai-GELAi. Vielen Dank.